Suratul Infitar Das Zerbrechen Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Wenn der Himmel zerbricht und wenn die Sterne sich zerstreuen und wenn die Meere gesprengt werden und wenn die Gräber durchwühlt werden wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat? Keineswegs Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden und dem sie nicht abwesend sein werden Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag Und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen und das ist die Bahnen da die Schwarz-Eleute und die Schwarz workers anwesendung vermag